Und jetzt sind wir hier wieder auch zurück mit dem nächsten Let's Play-Part von Wolfenstein. Die Old Blood, was passiert jetzt hier nur? Das ist hier gerade überhaupt nicht lustig. Alle sollen sich wohl in Alarmbereitschaft halten. Wieso können wir vor allem nicht das benutzen? Wow, den haben wir erwischt. Den haben wir nicht erwischt. Da ist der erste. Der zweite. Scheiße, er wollte eine Granate schmeißen. So, da oben ist der. Oh, fuck. Scheiße, wir müssen nachladen. Ha. Nein. Hahaha. Nichts damit hier. Können wir nicht die irgendwie abschießen oder so? Scheiße, der hat sich vorher geduckt. Wo ist der andere? Der will garantiert eine Granate schmeißen. Scheiße. Okay, jetzt. Glück oder kein Glück? Scheiße. Nichts damit die Granate hier. Und nun? Müssen wir jetzt wahrscheinlich nach oben und dann? Ah, lustig's doch. Zweiter weg. Ah, fuck. Den haben wir verfehlt. Den haben wir erwischt. Der ist nach hinten runtergeklatscht. Und nun? Achso, jetzt müssen wir da oben wahrscheinlich ranspringen. Wir haben nur noch 5 von Bomben-Schuss, eine Granate, ein Messer. Das sieht hier gerade ein bisschen armselig bei uns aus. Das wird sich aber ganz schön noch ändern. Boom! Den haben wir erstmal weggetreten. Da will ich erstmal lieber vorsichtig sein, wenn wir nochmal eins über die Rübe hauen. Geht leider nicht. Ein Signal entdeckt. Der könnte uns ziemliche Probleme bereiten. Deshalb wisst ihr ja Bescheid. Zurück zur Pistole. Nein! Nein! Oh, fuck you! Alter! Achso, wir haben keine Munition mehr dafür, wirklich. Ja, jetzt schon. Links 3, rechts 3. Wird alles super nachgeladen. Jetzt haben wir noch rechts eine. Oh, wir können nicht mehr noch dann. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ach, der lebt! Ist ja nur eine kleine Explosion gewesen. Sowas von Logisches habe ich noch nie gesehen. Aber okay, hey, wir sind hier bei Wolfenstein. Hier ist alles ab und zu mal ein wenig unlogisch. Moin! Oh! Oh! Getötet! Töten! Töten! Vielleicht kennt ihr das. Zwitschack von Police Academy. Oh, und der nervige, wie hieß denn der nochmal? Der immer so rumgeschrien hat. Fällt mir gerade leider nicht ein. Der war auch manchmal krass drauf. Der hat auch immer so rumgeschrien. Waaah! Immer so ganz komisch. So. Jetzt sind wir zurück. So, wir können aber schnell Bombenschuss nachladen. Oh, da unten haben wir auch nochmal ein bisschen was. Die Sockel brauchen wir wohl nicht, wie es scheint. Das heißt, wir sollten mal schnell rausrennen. Oh! Doch, nicht so schnell. Oh, die wollen mich veräppeln, kann sein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie drei erledigt habe oder nicht. Ich weiß es nicht. Ah, ich gebe mir schon wieder sowas auf den Senkel gerade hier. Ja, kein Problem. Kommt her. Oh! Der ist... Ja. Der ist weg. Oh, ich habe wieder so eine Vorahnung gerade. Was haben wir denn hier hinten noch? Muni! Bombenbeschuss! Haben wir es schön übersehen wieder mal. Wir sind ja immer noch die Musik. Wir sind doch schon längst weg. Dann ist er wahrscheinlich hier unten drin. Oh, krasse Sache. Wo ist denn der hin? Jetzt mal... Jetzt mal wirklich ohne Scheiß. Wo ist denn der andere hin? Wo jetzt die Musik immer noch ist. Da ist ein Helm. Den können wir nicht einsammeln. Ich sage nicht, der ist hier unten drin. Ich weiß nicht, der ist hier unten drin. Ich weiß nicht, der ist hier unten drin. Nee, ist da nicht. Okay, aber wir sollen das jetzt wohl weiter aktivieren. Kein Problem. Machen wir. Und tschüss. Oh, wow, 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 wow. Flugzeug! Will er mich verarschen? Wir haben doch an der Seite... Okay, 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 okay. Wir haben an der Seite... Alternativziehen, der ich ne alternativ sprinten, Maus, Glättung... Watt, nee. Sound, Grafik, Gameplay, Schwierigkeit, Lass ihn nur kommen, aktiviert, Beutemweise Tutorials, aktiviert. Keine Ahnung, wie wir jetzt dieses komische umklacken können. Aua, aua, aua. Raus hier. Genau, irgendwie raus hier. Den hat es erwischt. Oh, den hat es, glaube ich, auch erwischt. Boah, wir schießen da jetzt. Sag mal, wenn die veräppeln, wie soll ich denn jetzt wo rausgehen hier? Oh, oh, scheiße, oh, scheiße. Oh, kacke. Oh, fuck. Na, was ist das? Scheiße. Nein! Wir sollten schleunigst abhauen. Ach, tolle Kacke hier. Das dürfen wir hier noch rausfinden, oder was? Ey, wir saufen hier. Alter, Vleschkovic, finde den Weg. Das muss ja hier irgendwie durchkommen, oder? Hallo? Wir finden hier keinen Weg ruhig. Okay, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch mal einen zweiten Anlauf. Ach, ne, hier. Hier, hier, hier. Setz ihn an. Und jetzt schwimmen. Schwimmen um dein Leben. Schwimmen um dein Leben. Oh. Meine Güte, ist hier was los, Leute? Nichts da. Keiner hat uns entdeckt. Das nenne ich gerade eine hoffentlich doch gelungene Attacke, wenn die jetzt nicht sofort den einen sehen. Ja, dann haben wir wirklich wieder verschissen. Und hier müssen wir runterrutschen. Kein Problem. Glänzendes Gold. Ich habe gerade eine Errungenschaft wieder freigeschaltet. Ach ja. Medisockel. Nehmen wir einfach mal vor, ich zähle mit. Und wir haben hier wieder auf jeden Fall ein bisschen Stealth hier zu erledigen. Bin ich mal gespannt. Wir sind hier irgendwie in einer Schlucht unter Wasser vielleicht. Können wir den einfach so erledigen? Hoffe ich doch mal. Hey. Scheiße. Alarm. Spruch, bitte angaben. Anfrage besteht nicht, Kommandant. Trotz ist unterwegs. Eigentlich sollten wir uns nicht entdecken, oder? Weil uns hat ja noch keiner wirklich gesehen. Ey, das... Was ist denn das für eine Scheiße? Uns hat keiner gesehen und die schlagen Alarm und wissen sofort, wo wir sind. Also ich finde das ein bisschen affig. Vor allem der Schuss, der ging direkt in seinen Nacken rein. Der hätte eigentlich tot sein sollen. Hört auch irgendwann dann der Alarm mal auf. Das wäre mal auch so eine Idee. Am liebsten würde ich die Mission gerade noch mal neu machen. Komm schon. Geht doch. Ja doch, jetzt hört man die Scheiße. Noch mehr? Ich glaube, die müssen wir sofort ausschalten, weil die können uns richtig gefährlich werden. Scheiße. Oh, dein Ernst. Das ist schön, dass du das machst. Was hast du daneben geschmissen? Wo ist denn der andere jetzt hin? Müsst ja da oben irgendwo drin sein, wa? Dann rennen wir einfach mal schnell zu ihm hoch. Sorry. Ich fand es gerade einfach so geil. Ich habe einfach nur ein Messer geschmissen. Und sofort liegt er. Komm wir hier durch? Ich glaube, wir müssen aber trotzdem hier ein Stückchen weiter runter immer. Ach nee, müssen wir gar nicht. Ach, wir hatten den Weg ja auch hochgehen können. Medisockel brauchen wir nicht. Oh, Pistolenmunition. Ach, scheiße. Ich dachte, das wäre das andere. Von der Super-Mega-Pistole. So, jetzt haben wir wenigstens hierfür schon mal ein volles Magazin wieder. Für Bomben, Schuss. Hier haben wir eine Karte. Recht hilfreich. Wie viel haben wir jetzt überhaupt schon mit der Granate? Ich weiß nicht. Müssen wir wirklich so viele drei Gegner mit einer... Ja. Müssen wirklich drei Gegner mit einer Granate töten. Das könnte sich noch als sehr interessant herausstellen, wie wir das managen sollen. Dass wir wirklich drei Gegner mit einer Granate töten. Denn... Irgendwie habe ich die noch nie wirklich auf einem großen Fleck gesehen. Und wenn, sind sie bei mir immer weggerannt. Und dann haben sie aufgeteilt. Ich denke mal, das hat irgendwie noch ein bisschen was mit Taktik zu tun. Dass man die irgendwie zusammenfährigt oder irgendwie anschießt. Dass die auf jeden Fall sitzen bleiben. Ist ja lustig. Jetzt kommen wir hier wieder unten runter. Müssen aber weiter hoch. Ach nee. Oder? Doch. Müssen ja hier irgendwie lang. Beziehungsweise da hoch. Da müssen wir wahrscheinlich hochkraxeln, oder? Genau. Keiner da. Nachladen. Ein Signal entdeckt. Oh. Oha. Erstmal müssen wir hier die Lage wieder peilen. Also hier haben wir schon mal einen. Der patrouilliert. Oh. Der hat uns fast gesehen, oder? Oh. Okay, der ist schon mal weg. Jetzt müssen wir nur auf den zweiten hier warten. Ich frage mich, wann er hier vorbeikommt. Ach, da kommt er schon. Sehr schön. Jetzt warten wir auf ihn. Das war... Oh. Ich habe Ernest. Oh, der dreht mich gerade aber wieder auf. Ich kann stealthen. So ist es nicht. Mann, 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 Mann. Nichts krieg heute gebacken mit stealth. Keine Ahnung wieso. Das nervt mich auch ein bisschen. Ist ja nicht so, dass es mich nicht nervt. Oder so, ne? Ey, den haben wir getroffen. Den haben wir eigentlich getroffen. Oh, jetzt kommt der Fett-Sack hier an. Gar nichts bei ihm. Was? Wieso wurde das hier gerade alles weggeballert? Kannst du mir jemanden verraten? Au. Und goodbye. Bye. 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 Ich kann mir mal verraten, wie ich bitteschön drei auf einmal knacken soll, wenn ich eine Granate schmeiße und die nicht sterben. Das ist wirklich gerade für mich etwas merkwürzig gewesen. Ich habe kaum noch gute Waffen hier, außer jetzt Akimbo jetzt hier damit durchrennen. Ich glaube, das ist wirklich nur... Keine Ahnung. Also ich das hier überlebe dann wirklich Hut ab. Beziehungsweise, scheiße, dass ich das hier alles so verkackt habe gerade. Wow! Jetzt ist Showtime. Nix da. Du bist gleich tot. Achso, er ist schon tot. Gut. Aber ich glaube, Stairthats ist auch ein bisschen langweilig immer... Oh! Oh! Die sind cool drauf, die bauen hier. Was schießen die überhaupt, dass die so explodieren? Beziehungsweise, dass die so in Explosionssalven schießen. Das ist echt auch mies. Ach, das kann man einsammeln. Trinkt nichts. Einsammeln. Und jetzt geht es hier runter. Aber, das werden wir erst im... Das sind auch noch welche. Muss aber kurz nachgucken gehen. Ich will hier keinen übrig lassen. Oh! Moin! Wo kommen die denn alle her jetzt? Ich habe die doch schon alle umgemäht. Aber egal, so kriegen wir noch ein paar Killschen mit dem Maschinengewehr. Finde ich gut. Oh, oh, oh. Ein Messer. Ich glaube, das war unser Messer, was wir außerdem vorhin geschmissen haben. Jetzt sollte er doch aber hier mal so langsam gut sein mit der Musik. Aber... Jetzt haben wir wenigstens noch ein bisschen Schockhammer-Munition mitgenommen. Schmeißen wir gleich den Teil weg. Okay, wir haben von... Von allen dem Limit erreicht. Jetzt gehen wir aber jetzt wirklich. So. Also, um ehrlich zu sein, aber ich habe auch wirklich gar keinen Durchblick mehr, wo wir gerade sind. Welchen Abteil vom Burg Wolfenstein. Also, muss ja wirklich irgendwie unterirdisch, unter der Burg gerade verlaufen hier alles. Und das finde ich schon heftig, was die hier alles rausgebaut haben. Also, was? Kann ich jetzt hier das einsammeln? So, da. Okay. 74. 123. So, und wir werden jetzt dann im nächsten Part herausfinden, was uns denn da oben... Was zur Hölle? Wo denn? Wie? Wo kommen die denn jetzt alle her? Wollt ihr mich verarschen? Ihr habt gesehen. Ich bin da unten lang gelaufen, da kamen keine mehr. So, jetzt sage ich aber. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf jeden Fall. Bis zur nächsten Folge wieder und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.